Williges, selten auch Williges oder Williges, war Erzbischof von Mainz. Williges ist ein Heiliger der römisch-katholischen Kirche. Gedenktag ist sein Todestag. Leben Williges wurde um 940 in Schöningen im heutigen Niedersachsen als Sohn freier, aber nicht adeliger Eltern geboren. Er gelangte durch seinen Mentorbischof Volkhold von Meißen vermutlich 969 an den Hof von Kaiser Otto I. Ab 971 hatte Williges das Amt des Kanzlers inne, das er auch unter Otto II. behielt. Im Januar 975 wurde er von Otto II. zum Erzbischof von Mainz erhoben. Williges gilt als Schlüsselfigur in der Geschichte des Erzbestums Mainz. Wie nur wenige verstand er es, die Geschicke von Kirche und Reich im Frühmittelalter zu lenken und die Bedeutung seiner Kirchenprovinz auszubauen. Unter seiner Ägide wurde die Erzkanzlerwürde dauerhaft mit dem Erzbischof Mainz verbunden. Zu seiner Wahl zum Erzbischof 975 erhielt Williges von Papst Benedikt VII. die Vormachtstellung über alle anderen Bischöfe in kirchlichen Dingen, was Williges zum zweiten Mann nach dem Papst machte. 983 nahm Williges am Reichstag Hortus II. In Verona teil, wo ihm dieser am 13. Juni 983 die sogenannte Veroneser Schenkung überreichte, die dem Erzbestum Gebiete von Ingelheim bis nach Heimbach und nach Kaup sowie das Gebiet beiderseits der unteren Nahe und den Rheingau rechts des Reines zusprach. Die Schenkung begründete einen großen Teil des späteren Kurstaates, über den der Erzbischof als Landesherr regierte. Nach dem Tod Ottos II am 7. Dezember 983 wurde dessen dreijähriger Sohn Otto III. neuer König. Bis zu seiner Volljährigkeit sollte seine Mutter, die Kaiserin Theophanu, als Reichsverweser infungieren. Nach deren frühem Tod 991 wurde Williges faktisch Regent des Reiches bis Otto III. 994 für mündig erklärt wurde. Daraus folgten Tributzahlungen an ihn, die das Erzbestum zu einer der reichsten Kirchen des Abendlandes machten. 996 begleitete Williges Otto III. nach Rom, wo dieser dem Papst Johannes XV. gegen die römische Adelsfamilie der Kresszentier beistehen wollte. Nach dem plötzlichen Tod Johannes proklamierte Otto seinen Vetterbrunn zum neuen Papst Gregor V. Gregor wurde unter Mitwirkung Williges zum neuen Bischof von Rom geweiht. Nach dem frühen Tod Ottos III. am 24. Januar 1002 wurde auf Veranlassung Williges Heinrich II. zum neuen König gewählt und am 7. Juni 1002 von ihm im Mainzer Dom gekrönt. Der im ganzen Reich hoch angesehe Williges wurde von Zeitgenossen als des Kaisers und des Reiches Vater bezeichnet. Am 23. Februar 1011 verstarb Williges in Mainz und wurde in der Mainzer Stephanskirche begraben. Der Baumeister Williges ist der Baumeister des Mainzer Doms, der noch heute besteht. Zumeist wird angenommen, dass Williges bereits bei Amtsantritt 975 mit dem Bau des Domes begann. Der Dom sollte Bedeutung und Stellung des Mainzer Erzbestums in Reich und Gesamtkirche verdeutlichen. Gleichsam Staatsdom des Heiligen Römischen Reiches seien seelsorgerische Gründe lagen seiner Konzeption nicht zugrunde. Der Dom war so groß, dass damals alle Bürger der Stadt in ihm Platz gefunden hätten. Er war der erste Bau dieser Größe nördlich der Alpen. Nach anderer Auffassung wird der Baubeginn um etwa 998 sortiert. 997 hatte Kaiser Otto III., der sich durch seine ungestüme Art mit Williges entzweit hatte, beim Papst ein Indult erwirkt. Dieses machte es dem Mainzer Erzbischof unmöglich in der Krönungskirche der deutschen Könige in Aachen, das zum Bistum Lüttich und damit zur Kölner Kirchenprovinz gehörte, die Messe zu feiern. Infolgedessen wäre ihm also die Möglichkeit der Königskrönung genommen gewesen. Williges könnte daher geplant haben, diese Papstentscheidung zu umgehen, indem er eine neue Krönungskirche für die deutschen Könige bestimmte. Den neuen Mainzer Dom eben. Tatsächlich wurden auch die nächsten zwei späteren Könige Heinrich II. und Konrad II. im Mainzer Dom gekrönt. Gesichert ist, dass der Dom 1009 vollendet wurde. Am Tag der geplanten Weile brannte der Dom jedoch ab. Ungebrochen davon begann der bereits 69-jährige Williges mit dem Wiederaufbau. Williges errichtete ab ca. 990 auch die Stiftskirche St. Stephan zu Mainz. Dort wurde Williges begraben, weil seine Bischofskirche, der Dom, noch nicht weit genug wiederhergestellt war. Das Stift St. Victor von Mainz wurde im Jahr 994 oder 995 gegründet und im Beisein Ottos III. von Erzbischof Williges eingeweiht. Außerdem verlieh Williges der Binger Basilika St. Martin den Rang einer Stiftskirche und leitete dafür möglicherweise Baumaßnahmen ein. Auch ließ er in Bingen die Drususbrücke, eine Steinbrücke über die Nahe erbauen, gedenken. Um 1150 entstand eine Sammlung von Hymnen, Antiphonen und Responsorien, die Hartmann, Dompupst und Pupst in Sankt. Stephan zur Zeit von Erzbischof Heinrich Felix von Harburg zugeordnet wird. Ob diese Sammlung jemals im Hochmittelalter als Grundlage für Williges Feiern genutzt wurde, ist nicht nachweisbar. Die lateinischen Texte der Handschrift wurden später zweimal, 1675 und 1869 vollständig in Büchern abgedruckt. Nach der Auflösung des Stephansstifts zum Beginn des 19. Jahrhunderts gelangten die Manuskripte zunächst nach Sankt Petersburg und später in die russische Staatsbibliothek nach Moskau. Nach ihm wurde der Willigplatz vor der katholischen Pfarrkirche Sankt Stephan benannt. Das bischöfliche Williges Gymnasium und die Williges Realschule tragen seinen Namen.